Befunden! Oh! Wo denn? Nein, das ist Chica. Was? Die ist auch weg! Ja, und Bonnie weiß ich nicht, wo der ist und letztes Mal, wo es ist, Alter. Ich bin's wieder, eure Laserpony 2.0. Und ich bin's Double Dash MLP. Und wir spielen heute... Ein Spiel! Ja, wir spielen heute Five Nights at Sunrise. Äh, wir spielen heute Five Nights at Freddy's. Ist das gegeben? Ja, und ähm... Genau, wir starten jetzt einfach ein neues Spiel, weil ich noch keins angefangen hab. Oh, süß! Freddy Fazbear's Pizza, die... Ich hab so ein Bild gesehen, das hab ich, glaub ich, schon mal gepostet, dass es die auch in echt gibt. Und das sieht irgendwie richtig geil aus, da will ich hin. Das auf jeden Fall, ähm... Ich hab mir schon mal hier vorsichtshalber ein Kissen genommen. Ja, auf jeden Fall, ne? Kann man den Cormuten? Den Cormuten! Nein, jetzt müssen wir uns die ganze Zeit dieses Gelaber anhören. Okay, hier sind auf jeden Fall Bonnie, Tika und... John Cena! Applaus für diesen unglaublich zu späsen Witz! Auch kein Minuten, gut. Äh, also um 12 Uhr passiert hier jetzt eh nichts. Ich kann hier nur ein bisschen, äh... Ich kann hier nur so hin und her gehen. Und, äh... Gibt's noch andere als die drei? Hä? Gibt's noch andere als die drei Dinger? Ja, Foxy! Ja, wo ist der? Die... Die... Nein, der! Die sind jetzt vollkommen ein bisschen da! Da, da! Oh! Das sieht aus wie so'n Duschfrau halt. Was sieht aus? Ja! So'n Duschfrau... Okay, ah... Wow! Okay, bei Teil 2 geht die... Nein, macht doch das Licht aus! Bei... Also das geht auf jeden Fall hier viel schneller als bei Teil 2. Und wir sollten jetzt nicht so viel Akku verschwenden... Akku... Akku... Verschwenden deswegen... Ich hab schon eine Uhr! Ja, hab ich doch gerade gesagt, ey! Sind die alle nicht da? Mein... What dis? We have two o'clock! Ja, wir haben jetzt zwei Uhr und die sind immer noch da! Und, äh... Ja... Ich, äh... Sag euch dann Bescheid, wenn sich irgendwas tut hier, weil das dauert immer richtig lange! Ja... Okay, doch! Und zwar Bonny ist weg! Jetzt mal... Da ist er ja! Null! What dis? Bonny... Oh! Drei Uhr! Sehr schön! Und das ist... Gut! Das ist auch gut! Und das ist auch gut! Ich will, dass Freddy von der Bühne geht! Das ist gut! Doch der macht aber dieses grüne Lachen! Ja, ja! Was? Das grüne Lachen! Das cool... Das cool... Das grüne Lachen, ey! Okay! Drei Uhr! Ich hab' das mal auch öfters mal gespielt! Das grüne Lachen! Und ich komm immer nur bis zur zweiten Nacht! Wenn fail ich schon in der ersten Nacht! Aber ich hoffe, dass sich hier nichts tut! Und, äh... Ja, ich sollte nicht so viel... Wieso macht man eigentlich nicht beide Türen zu? Ja, weil das zu viel Strom verschwendet! Und wenn das passiert, dann... Oh! Wo ist der? Wo ist der? Hier nicht! Da nicht! Da auch nicht! Da auch nicht! Da auch nicht! Da auch nicht! Oh, das ist reparieren wie in Teil 3? Nein! Okay! Nein! 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 Ich hab' keine Ahnung! Ich sollte jetzt aber auch nicht so viel Akku verschwenden! Ah! Gefunden! Oh! Wo denn? Nein, das ist Chica! Was? Die ist auch weg! Ja, und... Bonnie weiß ich nicht wo der S&O... Letztes Mal wusste ich einfach... Letztes Mal wusste ich auch nicht wo der S&O... Dann hat er mich einfach angesprungen! Und... Ich hab' dich an! Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll! Wir haben 4 Uhr! Und... Mach doch bitte die Türen zu! Was? Nein! Nein! Und dann haben wir das Recht! Detail hier! Okay! 5 Uhr! Nur noch eine Stunde! Komm, das schaffen wir! Das schaffen wir, Leute! Hier und da! Tralala! Das schaffen wir hier! Ist er Bonnie? Schade! Oh, jetzt ist Ray auch weg! Nein! Doch! Der steht dann auch fertig! Die Türen... Ja, so mache ich nichts! Ähm... Okay! Nein! Oh! Der steht vor der Tür! Die steht genau vor der Tür! Das von der Tür! Vielleicht steht die Tür! Das war das! Das Chica in der Küche! Der war das? Die kykene! Der ist die Küche! Das ist die Person? Der ist nur hier drin! Das sollte ich was mit besser so lassen! es ist ja gleich Information und so schnell kann... ja auch nicht... Ja! Langsam. Das war so. Ich muss nicht schneiden. Yay! Applaus, Applaus. Okay, wir starten jetzt zweite Nacht, aber das würde ich sagen, fahrt ihr in einem nächsten Let's Play. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst mir doch ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!